Schrecklich, es ist unfassbar grausam. Was ist gegen Besatzung? Ja, ich find Besatzung sein ist schrecklich. Besatzung! Ein Verräser. Ich will auch gerne Besatzung. Jawoll, gut. Dann machen wir noch mal ein Ründchen. Also ich wär gern Verräser. Wenn er seinen Rechner jetzt endlich wieder auf die Reihe gebracht hat. Also ich find... Also ich find, die sollten unbedingt mal die... Wenn der Zwerge dann nächste Runde bleiben will, dann kann ich auch gerne gehen. Okay. Dann machen wir das einfach nach der Runde aus. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Ebenso. Cool, du machst es dann. Ja, ich... Du bist der Erste, ich schwör, ich versuch's. Ui, Imposter. Ich bin ein Verräter. Ähm, ja. Sehr toll. Also, kann ich Tasks fälschen bei O2. Ähm... Ja, was ich grad sagen wollte. Ich... Ich find... Ich find... Among Us würde sich mal eine Scheibe davon abschneiden. Mal ein paar Sachen. Wie zum Beispiel... Wie zum Beispiel die Mods. Die ganzen Sachen hier. Die Jester Sache und so weiter. Sich mal eine Scheibe von abschneiden. Anstatt das zu verlorten. Anstatt das zu verlorten. Er attackelt mir halt... Ach, hinterher, weißt du? Einfach verheulern. Wie so'n scheiß Worm. Ja. Also, Kuchen war's nicht. Okay. Ich auch nicht. Okay. Was ist hier los? Was ist hier los? Les und Kuchen haben rumgeblödelt, während der liebe Platsch am Baum tot lag. Am Baum. Am Baum. Am Baum. Am Baum, ey. Am Böhm. Okay, da war ich nicht. Am Böhmermann. Das war ja nur im Lab. Also, ich war nur im Lab. Also, ich war nur im Lab. Kixi, ins Lab laufen sie. Und der Kill ist genau zehn Sekunden alt. Ja, Kixi ist im Lab. Ich stand am Teleskop, glaube ich gerade. Kann das sein? An der Temperatur und hab noch... Ja, ich hab gerade auch schon. Ja, genau. Ich war auch recht. Aber ich steh ja auch ganz recht auf dem Scan. Ich wollt grad schauen, ob man da auf dem Scan steht und schauen, ob der noch lebendig ist. Ja. Ja. Was ist hier los? Kixi, hast du Lizzy da gesehen? Ich bin nicht mehr hinter der Kämme. Da ist der Report dazwischen. Okay. Aber da der Scan nicht abgeschlossen ist, muss ich, glaube ich jedenfalls, muss ich eh noch mal hin. Entschuldigung. Sehne, wo bist du? Ich bin ein Lifeline zu und hab gezählt. Eine Sekunde, Lenny. Wie alt ist der Kill? Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden? So frisch. Okay, dann ist es garantiert nicht Kuchen. Danke. Der Kuchen hat nämlich oben Download gemacht und wir sind dann gemeinsam runtergelaufen. Gemeinsam? Oder hast du mich gestalkt? Das ist ein Unterschied. Keine Ahnung. Eins von beiden. Aber auf einmal war dieser Kill nicht Kuchen. Ja, und Lizzy ist wahrscheinlich auch nicht. Weil ich noch lebe. Ja genau, das war's auch nicht. Und wo ist Zwerge unterwegs gewesen? Also ich bin grad zu oben bei Elektrikel in der Nähe dort. Da lauf ich grad rum. Das ist... Da in der Nähe läufst du grad rum. Also das heißt, du hast in O2 gekillt, bist dann hoch gewandet und läufst da oben jetzt dort weiter. Ja sicher. Okay, ich bote dich mal. Ich hatte genug Zeit gehabt, um an den Punkt zu laufen, ne? Äh, wir aber erst sind sich entgegengelaufen deswegen. Na sicher. Mich hat einfach niemand gefragt, wo ich bin, weil ich prinzipiell Ansatz bin. Du bist das so gesagt. Und was denn? Also gucken wir es dann doch nicht. Also gucken wir es dann doch nicht. Ja. Ich bin grad irgendwo zwischen Spesimen und Äcs. ja genau ja also alex war waren nicht weit weg das ein bisschen ich weiß noch nicht vorher das war es aber ja er liegt ins fesse mit ins besseren drin weil ich weiß wer der einzige war der nämlich da reingelaufen ist und nicht zur ob wir es die task gleich neben office gelaufen ist also kuchen zwerg zwerg ist alle erst sofort und er ist richtig ja ich hab ich hatte nicht benutzt ich bin noch glaube ich mit seinem drängen gehen auch und dann standen wir zu zweit im dikont moment hast gemacht ja du bist wieder raus und ich habe mein task gemacht bin dann zu office und also zu den beiden tasks unterstanden alle irgendwie ich habe das gemacht und bin dann wieder hochgegangen ich habe da gehen und ich war ganz alleine dort und ich bin jetzt doch ich bin jetzt bin jetzt ungefähr ich bin jetzt kurz wenn ich bin gerade dabei raus zu gehen aus dem neb oben ich bin jetzt hier ich bin schon ich bin schon ich habe mir noch längst raus aus besser ich habe dann das gemacht und ich bin da aber schon länger aus die das ist ich habe da kein gesehen ich bin schon länger daraus blödsinn ich bin am anfang der runde ich bin am anfang der runde raus rausgegangen aus dem also mit gemeinsam und ersten gegangen und ich habe dort ich hatte die ganze runde zeiten lang zeit mein task zu machen und bin jetzt am ausgang von selbst bin schon und fast unter dropship naja also auch über untertrieben aber ich bin da schon da geht noch keine 15 ich schwöre ich bin da raus ich bin jetzt schon ich habe deinen task schnell gemacht und da raus ich schwöre besser nicht bevor denn noch was passiert ich bin meine fresse wird klar wer es hier war dankeschön ich habe geskippt das bin ich da unten ich bin der eine graue ja alles ja schütter hat uns mit dem laufen und geht man das machen können jetzt aber ein bisschen machen wir haben einen posten kollegen bisschen helfen jetzt nicht voller jetzt sehr schön jetzt nicht jetzt habe ich mir die sache vor der schnauze zugehauen gleich mal communications ausmachen jetzt jetzt nicht nach komm es aus sehr schön er hat es gesehen er hat es gesehen verdammt nein und wollte erst mal gucken auch noch jemand unten weil ich gehört dass jemand in die kontinu ist dass wir gucken ob jemand rauskommt oder reingegangen ist bin auch einmal kurz zum scanner gegangen vorher und erst mal um zu gucken ob da noch jemand rumläuft außer mir gut also mir ist jetzt gerade ich bin vom späß hinauf und mir ist wie ich aussie bin aus dem späß im oberen die konnte alex kümmer oh nein der ist ins best hinein ich musste ja das fertig machen was ich gerade nicht machen konnte ich habe aber halt keiner gesehen also ich würde fast davon ausgehen wenn euch oder wenn keksi ins besser wenn keiner entgegengekommen ist dass das ist ein vent kill war derjenige dann weg gewendet ist es war halt mit mir da waren eben die kontinu wie und ich glaube dass sie es mit mir unten einer schritt mit rein genommen und ich bin vorher raus und ich bin ganz glatt durchlebt durch und habe niemand gesehen also es ist wenn wir niemand außer ich oder ich habe nicht gesehen weil es ist bei mir offen war kein plan dann warst du aber noch mit drinnen oder vor mir noch ich bin jetzt zum schluss noch drin warum redest du weil ich dumm bin und ein geist bin fuck my life kuchen ist übrigens ein späßi ok aber vielleicht also jetzt nur mal so ein gedanke so vielleicht war es ja trotzdem josh ja das kann sein wäre deutlich mit definitiv möglich aber ich weiß halt nicht die sache mit ihnen das ist die sache mit ihnen mit der funktion mit der funktion ja es ist ja das ist das ist das ist selber schreiben ist auch nicht mehr die möglichkeit ist keine option mehr es ist wirklich nicht mehr es ist echt ist ein witz oder noch mal ein trick dazu muss meine poster kollege das klatsches gelst nicht unterlexo das da ist mein kollege so normal licht aus das hat hier fehlgebracht warum warum josh was machst du da es sieht hier keiner zu warum was macht josh hier ist niemand guckt ich mache müssen lernen damit schwäche ich wahrscheinlich nur josh ja man kriegt dann noch ein kill hin nicht mit denen nicht mit dem einen zuschauer ich bin dass sie dabei ist so wo ist denn poste kollege so wo ist denn poste kollege kampf keks so wo ist denn poste kollege ein bisschen viel graus so türen schließen was soll man sonst tun posten suchen das länder das ist das geist communications ausmachen Na, hier steht gerade noch einer, da kannst du hin, ne, jetzt stehen da alle, mach keine Bild halten. Aha, passiert hier gar nichts. Ah, ein Ruhepunkt, na, das hat hier genau gut. Ich habe Lönner am Admin-Table gefunden. Ich habe zuerst auf Lifelines geguckt, also er ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger da, vor allem weil wir alle ja... hatte... Ich habe nicht ungefähr eine Ahnung, wie viel ein bisschen länger ist. Ne, leider nicht. Also, ich kann nur sagen, es sind mindestens 10 Sekunden. Aber nachdem habe ich keinen Keksi, ich habe Keksi gerade noch gesehen und mit Alex habe ich Koms gefixt. Ich glaube länger, weil ich war... Was? Was hast du da vorgemacht, Sene? Ich bin mit dir erst rumgelaufen, in den Labs, dann bin ich an die Camps. Da habe ich dann die ganze Zeit mit Keksi gestanden, hin und her, und dann habe ich gedacht, ich lauf mal zu Lifelines, um zu gucken, ob überhaupt jemand tot ist. Ja, während du auf Lifelines-Club bist, ist ja Koms-Sabotage gewesen. Ich habe einfach an die Camps dann gewartet, weil es mir ehrlich gesagt zu blöd war, und habe gedacht, warte ich mal schauen, wenn es wieder angehen wird. Das sind direkt, da das Objektiv ist gut. Das sind direkt. Ich habe auch einen Koms gesehen, sie hat es repariert und ich habe Josh in Communications gesehen. Auf den Schluss war Josh aber bei den Camps, oder? Äh, ja, genau. Also, keine Ahnung, was heißt zum Schluss? Ich glaube, locker fünf Sekunden stand ich da jetzt. Ja, ich wollte gerade auf Office und Lifelines hier laufen, ich bin aber nicht einmal ums Eck gekommen. Also, ich habe Josh gewotet, weil er es für mich so oft ist. Das ist naheliegend, aber... Ich würde auch direkt, das wird tierisch. Ich würde auch skippen, ja. Ja, und einen haben wir definitiv raus. Ziemlich wahrscheinlich. Ja. Sprich hochdeutsch. So, was können wir machen? Licht aus. Alle zum Licht. Geht. Geht, die Crewmate. die tür versperrt jetzt kommt man hier aus der Außenporte hier an der raus hier nicht versammeln hat der gerade so nein hat er nicht oder oh nein ich habe es eigentlich nur reportet damit der seismik zumindest abgebrochen ist und es war ziemlich sicher er hat gerade vor allen Augen getötet oh nein oh nein nicht verdammt er hat es getan er hat vor allen Augen getötet also ich habe meine seit zwei Tagen seit zwei Wochen durch seit zwei Wochen einfach er sagt es ich habe nie Fasts gehabt in dem Game Lünne sagt es einfach es ist oh nein kick dich bitte kick mich wie was nein warum wir hätten das gewinnen können ne ganz ehrlich also entweder aber es ist das war wirklich er kickt ihn ja wir werden jetzt mit so spüttlich verspricht und ne wartet auf die letzte Task oder wartet mich als ob jetzt als ob der jetzt die Runde also die Runde ist gelaufen wir sichern bis dann du sie nicht als ob die ihn jetzt nicht raus roten und dann gewinnen wir das so gerade so oder so schon geauft also ich meine er muss jetzt gestanden was soll ich noch machen also ganz im Ernst äh du musst jetzt zwei ja ich wollte jetzt gerade noch irgendwen backholen und dann lese die einzige war die mich gestast hat als ich es verdient du bist eh schon verloren genau so sah das auch für mich aus nein alles gut wo ist das mit ihm what the fuck warum killt ihr Josh weil er vor den Augen anderen gekillt hat weil dauerhaft also ich direkt an der Runde kommt Drake da und so weil also Zwergi bitte was war denn das du es einfach nicht Josh ich bin enttäuscht von dir ich bin enttäuscht das ist was war denn das für ein letzter Kill das ist vor den Augen von allen anderen ist dir ausgerutscht oder was soll ich denn machen ohne Witz es ist halt nicht es ist halt nicht geil wenn ich versuche du solltest nicht blamen du darfst nicht nach direkt cooldown Ende als einziger irgendwo hinlaufen und den Kill machen das war noch du wirst hat der Josh nur bei mir oder knistert der Becher Josh knistert ziemlich nicht naja das war wohl eine ziemlich schlechte Imposterrunde was hast du geschworen Keksi ich habe ich habe Keksi gesehen dass alle du solltest aber auch keine Inzidenz machen für wenn wenn Schwur wert was habe ich du bist doch geschworen jetzt ist nur die Frage auf was wer hat was wie wann so was wie wie so genau so ich bin raus Leute ich bin ich bin jetzt ich bin äh ja wir können den anders reinholen der will jawohl machen wir wir ziehen den red wieder rein hat Spaß gemacht tschau 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 ich habe gerade gesehen dass alle in electrical stacken k che tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020